zurück zu evil west weiter geht's mit dem zweiten part wir haben die pistole und das gewehr jetzt bekommen ja mal gucken was das gewehr denn so kann das werden wir ja wohl um leuchtende schwachstellen hohen schaden zu verursachen alter schwede das tat weh glaube ich da würde ich mal sagen ist das ein richtig schnelles spiel denn mal ich muss natürlich erstmal alles durchsuchen jetzt kennen wir ja falsch taste was denn nur ein bisschen okay nur ein bisschen geld neuer skin warum sollte ich das anziehen eine geschichte hier der überfall da habe ich einige sachen wollen nicht also das hier war das mit der fracht da fehlen mir einige sachen nicht gesehen das ist jetzt der überfall gehen wir die einzelnen leute die gegner arten die briefe ja und hat noch ein bisschen mehr krempel ok also gibt es einiges was man da weisschalten könnte das ist halt einfach so hell finde ich das ist mir irgendwie fast klar dass man den da runter holen kann sehr nice auf jeden fall hier haben wir wieder die falsche taste noch eine kiste komme ich nicht weiter doch ja zusammengebrochen da geht es weiter da wird hier bestimmt in der ecke es ist tatsächlich der controller der sich einen abfiguriert ok ok genau mit der kohlen interessiert ok ja gut dynamit ist klar explosive so jetzt kommt wieder ein duell das sehe ich doch kommen was willst du denn ich töte dich einfach so Das ist cool. Das ist echt cool. Ich hab nur eben nicht aufgepasst mit den Schüssen, die wir im Leiben. Das sieht richtig gut aus. Finde ich. Ne, es leuchtet ja weiß, wenn ich irgendwo rein kann. Wie hier. Abwärts. Arachnophobie. Jetzt weiß ich, wieso. Aber hier unten haben wir guten Vampire keinen Gegner. Nicht wahr? Das Sonnenlicht ist ja nicht da. Da geht's weiter. Das heißt, wenn's da weiter geht, gehen wir da nicht lang. Sondern gucken erst noch mal, wir hier nicht irgendwas finden. Na, guck. Eine Sache haben wir immerhin noch gefunden. Und durch da. Geht ihr von alleine? Ja. Hm. Doch nicht. Zu fett, wa? Jo, ey. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich bete meine letzte Zeit, die Bono ist hier irgendwo. Was ist das? Das sieht aus wie eine Wall. Wie ein unsichtbarer Schutzschild. Was ist das? Dead end. Great. You seeing this, too? Take it off. Mr. Rentier? On a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Net. I'll be damned. You know what? Let's switch. I'll take the explosives. You get to Bono. Is this about the bridge? It's not not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Oh, man darf natürlich immer nicht vergessen. Man hat immer noch die Nahkampffähigkeit hier, ne? Und die ja hier auch. Okay, C war es. C war Heilung. Das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Bei den ganzen Gegnern hier. Der ist schon down. Der wird down. Den schlage ich so windelweich. Da kommt jemand. Das kann... Oh, Alter. Spielen, wie ich möchte. Was ist das denn? Was ist das? Das ist ja auch so wie irgendeine Kugel, oder? Was mache ich mit dieser Kugel? Okay, er hat sie erledigt. Keine Kugel. Da geht's nicht weiter. Müssen wir auf jeden Fall hier lang. Kinder an Zugang. Oh, Alter. Was ist das denn? Gott. Weil Gott da nicht viel mit zu tun haben wird. Kiste, richtig. E ist für mich öffnen, nicht Leertaste. Guck mal, hier sind wir sogar an was vorbeigehrend. Mal wieder. Mal wieder. Okay. Geil, eins von drei. Kann ich die ja schon von hier aus töten. Nee, kann ich nicht. Das Spiel ist da ganz schlau. Und weg. Und weg. Und weg. Und drauf. Wir haben ein bisschen die... Oh Gott. Und weg. Ein bisschen die anderen Waffen. Ja, wenn das dann nicht immer noch ein Nahkampf oder sowas, ne? Gerade die Pistole, die feiere ich halt auch. Level up. Hä? Oh, yo. Wir in der neuen Stufe werden neue Vorteile freigeschaltet. Du kannst Vorteile aktivieren, indem du... ...Vorteile verteilst. Du kannst Vorteile auch deaktivieren und Vorteilspunkte zurück erhalten. Jetzt Vorteil aktivieren. Das da. Okay. Drücke Escape Menü zu schließen. Nein, tue ich nicht. Das ist... Ah, der Tritt. Ah, das ist irgendwann verringern, wenn du Schaden... Jetzt schon einige Sachen, ne? Menü schließen. So, kommt her. Das Gesicht, ey. Will noch wer? Okay, ich kann da lang. Da finde ich noch ne Kiste. Ich kann aber auch schon wieder woanders lang. Aber ich komme auch da hoch. Ja, Taste, Mensch. Bist du denn, ey? Okay. Irgendwelche Fliegeinsekten. Ähm. Das ist ein kreischender Teufel. Okay, und die haben noch einen Scharfschützen gehabt. Das ist aber völlig egal. Das ist nur irgendwelche komischen Menschen, Mann. Die sind, glaube ich, nicht so schlimm wie unsere Vampire hier. So. Da hinten war aber auch so ne Kette. Nicht genug. Wollte schon sagen. Abwärts. Ich hätte ja auch am besten drauf schießen können, so, ne? Hätte ja vielleicht funktioniert. Aber... Ne. Immer noch Leertaste. Jetzt steckt das um. Kann ich mir so Wege schaffen. Das ist geil. Wieder was zum Lesen. Viel Spaß. Wir haben noch eine Spiechessenz, Brothers und Schöpfle. Wir sind nicht übernks. Wir sind nicht geboren. Wir kommen zur Leben, wenn wir akzeptieren die Gericht. Erzfeinde. Ja, ist gut jetzt. Das Gequatsch ist ganz schön viel. Tja, ich glaube, wie wollen wir nicht wissen? Tschüss. Ja, schwindet hier. Hopp, tschüss. Und weg. Warte mal, kann ich den nicht? Ja. Wenn ich ihn nicht so schnell töte. Ach, das sind die Heilungsdinger, die ich da... Ah, jetzt weiß ich, was das ist, was da manchmal runterfällt. Die Heilteile. Ey, Jungs. Das ist schön, muss ich sagen. Da könnte vielleicht mal der erste Tod vorbeikommen. Und nur vielleicht. Ich bin nur in der richtigen Momente auf die richtige Taste drücken, aber... Uff, Jungs, Heilung. Nochmal Heilung. Und das würde viel erwarten. So, jetzt kann ich mich um dich geben, mein Junge. Ich habe doch eher gedrückt. Nee, irgendwie nicht. Das ist alles Blut, wa? Sprengen, ja. Da ist der letzte Lesenkram. Die letzte Schrift. Ja, ich bin nur in der Zeit. ja ne wollte mal weiter in dem tempel ich laufe immer nachladen gott oh gott ok ziere ja 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 jetzt schnell diese andere geht da rüber ja The wolves go hungry, yes, but the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so, we propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike with my new asset. We can control the change. Reclaim the sanguisuja's rightful place in the top of the food chain. Who control the change? Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davao, for the high crime of conspiracy against your own kind. I sentence you and your life to the true death. I told you, father, they wouldn't listen. We have to drive Felicity, Mikara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then we force them to... Okay. Okay. Hi. To the crowd. Das sieht nach Bossfighter aus. Hier wo, Alter? Das sieht richtig crazy aus, ob ihr... Hä? Das ist ja er. Welche Taste? Oh, da krieg ich Heilung von. Wenn ich da im richtigen Moment was erledige. Oh Gott, wer kommt denn jetzt noch? Oh, so kleine Ratten hier. Das haben wir hingekriegt diesmal. Dann werde ich mal weg von ihm. wegen der Sicherheit. Jetzt kommt er wieder. Ja, frisst das. Oh ja. Ja komm. Irgendwie. Irgendwie. Jetzt gibt's auch die... Boah. Nicht auf die Schnauze, sondern... in die Schnauze. Das kleine Mädchen fehlt. Ab mit seinem Kopf. Aber es ist ja keine mehr dran eigentlich, ne? Ja. 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 Er hat ihn gut gemacht. Wir haben heute viel Platz, um ihn zu lösen. Du bist nicht für die Präsentation? Der ganze Institut ist in der Stadt. Ja, ich werde über die Körperschaftsberatungs-Session. Ich werde noch ein Wiederholfen. Hier! Geh das zu deinem Vater, bevor er uns wundern und wir alle zu hohen. easy so geschichte bzw vorteile haben wir jetzt hier hier zeitlich perfekt abgestimmte angriffe erhöhen bonusschaden hier keine punkte egal so hier da abgeschlossen da fehlt uns nur eine von den nachrichten so eine scheiße jetzt kommt der dritte part hier gibt es noch nachrichten und geld da liegt schon geld es war eine riesige hitbox wo ich hier nicht drum herum kommen meine guten morgen das ist eine furchtbare farbe sprich mit william randier das sollte mein alter sein so sagt der timer institute was engaged in the hunt ja mann krass mann geheimnisse her mr rentier ja grüße yo alter das kann man sich ja nicht erst mal das ist noch ein buch okay ich kann mir doch nicht alles anhören hier ist ein haufen neuer hosen kaufen ja ja nein okay okay ich kann smelt ja 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 ist ja mehr rutscht so damit sage ich vielen dank fürs zusehen es war die zweite folge von evil west ich hoffe es hier fehlt bisher macht es recht viel spaß muss ich sagen mal gucken ob das so bleibt oder es erst schnell abnimmt weil es ja dann doch so relativ das gleiche ist ja dann sage ich bis zum nächsten mal würde mich freuen wenn er am ball bleibt bis dahin und tschüss geht's